Hallihallo, habe die Ehre und jetzt willkommen zurück hier zum Kamichan-Eximulator 21. Wir haben in dem letzten Video diesen Rennwagen, naja, wieder zusammengebaut, aufgebaut, wie man es auch immer nennen will, erfährt, nennen wir es so. So, wir werden jetzt, wie schon im letzten Video auch gesagt, hier unseren letzten Perk holen. Und wer denn hier, gut, haben wir schon geparkt, einmal reparieren. Yeah, ich habe die Errungenschaft like a boss freigeschaut. Lass mich alles hoffentlich durchreparieren. Ah, die ist aber artnäckig, die Kupplungsscheibe, du. Nochmal eine Errungenschaft, ich bin Handyman. Wahnsinn. Okay, jetzt dürften wir doch eigentlich Karosserie machen dürfen, oder? Oh, ja, ja, aber, schauen wir. Ah, fuck. Da sparen wir uns gut Kohle. Oh, das war knapp. Und dann würde ich behaupten... Schauen wir mal auf den Schrottplatz, oder? Mal da ein nettes Auto finden. Scheiße, wieder die Stoßstange, wieder die teuersten Trümmer. Das war doch vom... Ah, so ein Focus RS wäre auch geil, wenn wir nicht alles verballern hier. Oh, ja, 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 ja. Oh, das ist ein bisschen was zum Repairieren. Dann sind es dann halt auch sinnvoll benutzen, ne? Nicht einfach im Lager flacken lassen. Jetzt haben wir es gleich. Gut, 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 gut. Ah, ne, Kiste haben wir auch noch. Ähm, na, Zustand. Boah, die müssten wir auch mal alle verschrotten, hey. Boah, die Seiten haben wir denn schon wieder? Jetzt schauen wir erst mal unsere neue Lackiermöglichkeiten an. Ja, tut man an, das soll lackieren. Was ist denn los? Uh, ich glaube, da können wir echt schöne Dinger basteln. Wo ich es dann in den Geschmack der Allgemeinheit treffe, ist der nächste Punkt. Aber das ist mir rum, ey. Ein Geschmack. Scheiße, das ist wieder 55 Seiten. Können sie auch eigentlich einfach verkaufen, ne? Ich habe das Gefühl, wir brauchen die noch. Nur ein paar, ich mache nicht viele. Ich treffe ja gar nichts. Das ist ja mal so. Okay, ähm. Was gibt es denn im Auktionshaus? Da war ich auch noch nicht. Händler gibt es auch. Schauen wir uns die zweimal an. Ah, Auktionshaus kostet 200. Ne, ich möchte erst mal... Boah, das kostet 500. Oh, wir haben es doch dicke. Wir haben es doch dicke. Schauen wir mal, ob es so schön ist. Das ist ja gleich so ein, äh... Das wäre cool. Das wäre so ein Auto, da hätte ich jetzt Bock drauf. Richtig schön herzurichten. So ein bisschen tunen. Gucken. Ah, bitte? Wow, fuck. Ist das gleich ein alter Mustang, oder? Oh, das ist mein Lieblingsauto. Oh, das ist mein Lieblingsauto. Oh. Oh. 6,5. jetzt schauen wir mal weiter sind da die auch sicherlich nicht verkaufen dadurch so herrichten dass es scheppert kann man den auch holen ja kurz ein holzmobil also alles was fort ist ist salen garagenplatz müssen wir uns noch kaufen schon geile kübel ich glaube den muss ich mir holen von mir nicht aus den ist richtig schön in schwarz den würde ich komplett neu machen da gibt es keine gnade alles ausbauen schauen was wir reparieren können erst wieder einbauen sieht halt nicht was hier reparierfähig wäre also zum reparieren geeignet wäre das ist das was ein bisschen schade ist ich glaube ich glaube ich komme nicht drumrum ich habe das gefühl ich muss dieses auto kaufen es kann auch sein dass wir manche autos herrichten ist natürlich ein verlustgeschäft wird aber das wird kein auto das ich verkaufen möchte komm wir haben zwei hebebühnen was soll der jetzt mal was anderes nicht immer nur aufträger 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 ich glaube ich habe das sicherungsgarten zum marsch ich habe das ganze auto gekauft und wieder eine errungenschaft es ist wieder eine errungenschaft peace of junk wieso bin ich hier raus gelassen ach so war ich ja wow ich sehe ihn schon vor mir nein halt stoppa jetzt machen wir den ersten mal geile krumm felgen drauf Ah, komm, Färchschau, mach mal. Muss ich mich inspirieren lassen? Ja. Komm, zeig deine Schönheit. Das ist es. Könnte man hier gleich so richtig aufbohren, also so richtig richtig. Okay, ich prüfe jetzt noch mal ganz schnell. Wir können ja nichts reparieren. Das ist ja richtig so. Gut. Wir können auch nichts. Dann darf ich den jetzt einfach mal komplett strippen. Und schauen, was wir alles retten können. Also das wird auch so ein Auto, das wird ein bisschen länger. Aber mit 8000 Credits kommen wir sicherlich nicht ans Ziel. Aber wir können ihn ja auf der zweiten Bühne stehen lassen. Wir können dann nach und nach der 3-Norm-Buschel. Da sind sogar noch ein paar Zündkerzen drin. Nein, so ein Stift noch. Der geht ganz sicher an meine Sammlung ran. Ähm, wir werden ja noch einen Garagenplatz kaufen. Dass wir den da schön in die Garage rein klötzen können. Doch noch eine Welle, waren doch nicht fest. Okay. Wir fürchten, wir werden nicht viel retten können, ne? Oh, noch gut aus. 9%. Das ist 96%. Knocken wir alle raus. Können wir nur von unten machen. Ähm. Und dann geht's. 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 sehr gut und man sollte es wissen schluss den vernehmer dann auch gleich auseinander reifen tun wir noch weg der lenker von unten auch der wird so richtig schön auch wir können ja vom einbau auch die verschiedensten teile lackieren da muss ein bisschen aufpassen da geht es auch im eingebauten zwischen glaube ich nicht der hebebühne das ist der block das müsste von der bühne aus sein mal hinten weg ja flutsche da ist das zu tun was ist denn das noch ich mache mal eine wunderschöne ellenor ist die glänzen von der bühne ok auch von der bühne den kann man wegbauen von der bühne auspuff auch von der bühne drüben weiter müsste schauen die teile die mir berühren können also die echt nicht versauen das ist geld ne also so 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 muss sie nicht ausbauen bestimmt hinten ist nix mehr dran kann ich die von schlangen ist die fix es 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 ich bin schon rausbauen kann ich nicht dass die buchsen alle extra ich muss die buchsen alle extra Janss Also den Block können wir dann rausheben. Was noch cool wäre, wenn wir Sandstrahlen könnten. Ja, echt eine nice Sache. Was? Achso, die Halter fehlen noch. Ich hoffe echt, dass wir ein bisschen was reparieren können. Das spart uns gut Geld. Was? Ähm, den haben wir so selten gebraucht, gell? Steht ja eigentlich drüben. Achso, ich muss Motorblock ausbauen, mit den Motorständer benutzen kann. Okay. Den können wir nicht mehr wegbauen. Ist einfach so schon schön. Ich schwemme zu viel, ist gut. So, der Le. Die anderen hatten nichts, das waren nur Kämpfe. Jetzt wäre halt auch die Frage, kann ich andere Reifen drauf machen? Müssen wir mal an einem Reifen mal testen, ob das geht. Oh ja, der schaut doch gut aus. Den Motorblock dürfen wir echt nicht versuchen, den Motorblock werden wir echt nicht versauen. Oh ja, der schaut doch gut aus. Den Motorblock dürfen wir echt nicht versauen. Okay. Oh, ist der Haut! Kurze Fix. Oh, das wird mit dem Geld echt knapp. Also, ich rede jetzt auch für die Folgeaufträge, die wir ja auch noch irgendwie machen müssen. Ich denke mal, da machen wir ein paar kleinere. Oh, wir können ja die Bremsen auch noch machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Die bin schon wieder voll. Aber gestern haben wir ja die Maschine noch. Die Mögel sind richtig gut. Ich glaube, es geht darum, aber dass wir die Wurzige und das haircut ist... oder die Wurzige, die Wurzige, die Wurzige, die Wurzige, die Wurzige die Wurzige, und das ist ein Schrauber. Und das ist ganz gut. Wir mal etwas wie es geht. Wir machen die Wurzige Zразу. Also, wir müssen das f pains. Eins haben wir nur verschossen. Ich dachte, wir schaffen alles. Schade. Egal. Jetzt ist die Frage, wollen wir den klassisch wieder aufbauen? Oder? Ein bisschen getunt. Wenn ich mir dann überlege, dass wir einen Motor schwarz mit roten Akzenten vielleicht machen. Soll ich noch ein bisschen so ein Tuning-Geist draus machen? Er wird das Auto bestimmt definitiv nicht nur einmal aufbauen. Das ist ein Fakt. Geht das? Kann ich dich in die Lackiererei? Ohne Reifen? Ah, look at this. Oh, ich habe einen Sicherungskosten vergessen. Wie kriege ich den Rost weg? Kriege ich den Rost weg? Ich верne den Rost weg. Soll das nicht. Bis zum nächsten Mal. nicht die karosserie gar nicht benutzen oder war ich deine voll intakte ja jetzt so blöd ich muss den doch schleifen können ja muss ich mich mal schlau machen okay schleif mittel wenn er da ist okay war nicht mehr schlau acht wollte ich gar nicht nehmen auf jeden fall wenn man es nicht reparieren könnten kommen schon mal eine haben einige teile es war ja schon mal wird ok ok dann verbleiben wir mal so ich mache mich schlau bis zum nächsten video und da gucken wir mal die grausache irgendwie noch retten können wenn jetzt müssen wir einen guten zustand finden gut dann bleibt dran ich hoffe wir sehen uns morgen bis dahin sage ich habe die ehre und sehmas jetzt Bis zum nächsten Mal.